Ich würde auch sagen, dass wir, ähm, ich würde mal sagen, lass mich mal kurz auf die Uhr gucken, dass wir so um, ähm, um dreiviertelmal bis so ganz ne Viertelstunde Pause machen vielleicht. Jo. Weißt du, um einfach mal wieder ein bisschen Hirn aufzufrischen und, äh, mal zu gucken, dass wieder alles klar wird. Für allem für dich, Maggi. Ich bin okay. Ich geh jetzt noch mal ein bisschen in Stein formen. Das Schlimme an Stein ist halt, dass so wirklich so wenig davon da ist im Verhältnis zu Holz beispielsweise. Deswegen baue ich meine Häuser grundsätzlich erstmal viel mit Holz. Ja, aber ich würde halt jetzt diesen inneren Kern einfach, oder zumindest die ersten paar Blöcke, dass wir halt da so eine kleine Mauer haben, aus Stein bauen. Und dann werde ich auch erstmal mit Holz weitermachen, weil sonst kommen wir endlich mal ran. Also, wenn, das Erdgeschoss sollte hauptsächlich mit Steinen ausgekleidet sein, aber halt nur für die, die halt sich direkt hinstellen und dann das Hauen anfangen, damit die einfach ein bisschen was zu tun haben. Ähm, ja, wobei ich glaube, das geht sogar gar nicht, oder? Du kannst im Gildengebiet nichts abbauen als Nicht-Gilden-Mitglied. Ich hab dir gerade nicht zugehört. Wenn du, äh, von einer anderen Gilde, von einer anderen Gilde den Haus angreist, kannst du es, glaube ich, nicht beschädigen. Zumindest nicht Stein. Holz ja, aber Stein nicht. Doch kannst du, aber es hat einfach viel mehr Leben. Ne, ne, du kannst, wenn du in einem Gildengebiet drin bist, glaube ich, Stein nicht abbauen. Echt? Holz, glaube ich, ähm, geht am Rande des Gildengebiets schon noch, aber Stein nicht mehr. Okay, das ist gut zu wissen. Irgendwie war da was. Hey, Clipscore Gamer! Hallöchen! Ich grüße dich, mein Freund, warte mal, ich muss gar mal wieder lesen. Ähm, Spielebande, ich werde mir jetzt sowieso erstmals keinen, keinen Prozessor holen, aber das klingt interessant. Ah, Schinchi schreibt's gerade, nein, geht nicht. Okay, gut. Was ich für eine Rüstung habe? Ja, wie, ich habe überhaupt keine Rüstung. Beziehungsweise nur so Gammlege. Oh, warte mal. Ah, ich bin froh, dass wir den Multitwitch haben. Äh, Clipscore Gamer, vielen Dank fürs Followen. Und herzlich willkommen in der Bananenbande. Was hast du gesagt, Zierk? Ich war gerade mal kurz auf dem Desktop, also nicht wundern. Äh, nichts. Ich finde es gut, dass wir Multitwitch haben. Das war meine Aussage gerade, Maki. Achso, ja, das finde ich auch toll. Weil dann, gerade wenn ich jetzt nur am Farmen bin, ist vielleicht bei dir gerade was los und dann macht es dem Zuschauer vielleicht ein bisschen mehr Spaß. Ich fahre aber auch gerade nur für Teile. Aber wir brauchen die Steine halt. Aber wenn ich die Steine habe, dann würde ich sagen, kann ich da unsere Mauer fertig bauen. Also zumindest drei bis vier Blöcke hoch. Also ich soll mir eine machen, eine Rüstung. Aber dafür brauche ich so viel Eisen. Ich habe kein Eisen. Wir brauchen mehr Smelter. Man kann nur Blöcke im eigenen Gildengebiet abbauen, beziehungsweise die, die man in der aktuellen Sitzung ohne Relog oder Tod... Achso, okay. Gut. Ähm, wir bauen uns jetzt mal mehr Smelter-Zwerglein, würde ich sagen. Ja, mach ruhig. Weil dann können wir uns das ganze Eisen schneller organisieren, weil so dauert es einfach Ewigkeiten. Das ist schrecklich. Das ist gar schrecklich. Mein Baum stürzt ab, ich muss ihn abbauen. Ja, okay. Ich hole mir den nächsten. Hey, schau mal da wirklich zu diesem Dorf hin. Ja? Also da... Wo die Zombies sind. ...unterhalb vom Dorf. Ja, okay. Die sind ja nur direkt am Dorf. Ja, ja. Aber da ist halt ein Riesenwald noch. Also da kannst du so viel abbauen. Äh, nein, es gibt keine Steinrüstung. Warum nicht? Was? Marki, ich will Steinrüstung. Machen wir Steinrüstung. Da würde ich mir doch eher eine Papierrüstung machen, glaube ich. Obwohl, gibt's hier Papier. So wie die Japaner. Ja, genau. Oder Chinesen. Echt? Haben die Chinesen das auch nicht? Von den Japanern wusste ich's von den Chinesen nicht. Ja, die Japaner hatten später auch Stahlrüstung. Nee, Papier war ich. Achso, ja, ja, das hatten sie auch. Okay. Marki, deine Welt sind die Berge. Nein, der Dschungel. Okay. Deine Welt sind die Berge. Warum denn? Was? Deine Welt sind die... Nein, meine Welt ist höchstens unter den Bergen. Meine Welt... Deine Welt... Alter, ist wieder... Also, wir konsumieren, sagen wir mal, sehr stark Holz. Und Stein. Ja, aber wenn ich so guck, ja, also es ist eigentlich komplett links von unserer Basis. Kein, kein, kein größeres Wäldchen mehr übrig. Ja, wie schon gesagt, geht da zu diesen links hin, aber da ist ja Anti-Held. Ich brauche gar nichts hier auch noch ein bisschen Eisen, wenn die gerade schon mal hier vorbeikommen. Ich finde es schade, dass man noch nicht nach unten graben kann. Dass man Stein auch aus dem Boden ziehen könnte. Was ich so mit einer Plastikrüstung mache, willst du mich verarschen? Hey, warte mal. Der Müllmann. Ich kann mir das richtig schön vorstellen, da mag ich gepanzert mit PET-Flaschen. Sehr nice. Sind wir morgen auch online? Ich weiß nicht, ob ich das sogar mal schon mal gesagt habe, dass die ganzen Panzer, die heutzutage hergestellt werden, nicht mehr aus Stahl sind, sondern aus wirklich so Plastik. Ja. Also nein, nicht Plastik, warte mal, was war das? Ja, das ist so eine Art Verbundstoff. Ja. Zumindest die Reaktivpanzerungen. Damit die besser sprengen können bei Einschlag. Hey, ich habe gedacht, die Eisenrüstungen, Stahlrüstungen haben sie bei den Samurai eingesetzt, eigentlich als die Feuerwaffen eingesetzt worden sind, beziehungsweise so modern geworden sind. Okay, da ist ein Enderman oder sowas in die Richtung. Ich habe gedacht, das wäre genau andersrum gewesen, Shinji. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, okay. Hey, da hinten läuft ein Zombie rum und es läuft gerade mitten auf dem Feld rum. Ich bin kein Zombie. Hey, ja, aber hier gibt es wirklich Plastik. Nein, es gibt kein Plastik. Das kannst du mir nicht erzählen. Was? Es gibt Plastik? Nein, sag mir nicht, dass es Plastik gibt. Wo dann? Ich gehe jetzt mal ein bisschen Öl farmen. Öl? Ja. Brauchen wir schon Öl? Oder einfach nur Vorsorgehalber? Früher oder später, wenn wir es sowieso brauchen, dann kann ich gleich nochmal ein bisschen gucken, ob ich noch ein bisschen Stein organisieren kann. Ich habe jetzt 923 Steine. Maggi, wenn ich jetzt das Schreien anfange, hat mich gerade irgendein Zombie angegriffen. Okay. Äh, doch Shinji, die Samurai hatten Feuerwaffen. Das, ähm, wird nur, nein, das wird nicht verschwiegen, aber die Japaner hatten schon relativ früh Feuerwaffen. Ja, okay, die Samurai, nee, Schmarrn, die Samurai hatten keine Feuerwaffen. Also eigentlich hat ja ein Samurai nie mit einer Feuerwaffe gekämpft. Äh, die Samurai hatten schon seit dem 14. Jahrhundert. Knochen, äh, Knochen trocken, ähm, wenn der Maggi überlegt, antworte ich dir jetzt schnell. Und zwar, ähm, ja, der Server ist 24-7 off. Also du kannst jederzeit weiterbauen an deinem Häuschen. Die Feuerwaffen kamen von den Chinesen, aber schon relativ früh. Also ich glaube 14. bis 15. Jahrhundert ist das. Wobei mit Feuerwaffen ja nicht Feuerwaffen im eigentlichen Sinne gemeint sind. Man darf sich dann nicht so an den Film Last Samurai orientieren, weil da wird ja so erzählt, dass die Samurai sozusagen nie Bock hatten auf Feuerwaffen. Aber eigentlich hatten sie zu der Zeit schon lange Feuerwaffen, schon zwei, drei Jahrhunderte. Es wurde nicht von den Europäern eingeführt, sondern von den Chinesen. Aber man muss halt dazu sagen, in anderer Form. Ja, am Anfang war es halt einfach nur so eine Art Schalrohre. Ja. Und dann wurde es halt später verfeinert. Also ich glaube, dass die Japaner am Anfang eigentlich, äh, Lederrüstungen hatten und sowas, beziehungsweise Holzrüstungen sogar. Papier halt, ja. Und Papier und dann später die Schmalrüstung. Gefaltetes Papier hatten die als Rüstung, wenn ich mich recht erinnere. Ja genau, das wollte ich jetzt nämlich noch gerade sagen, Shinji, weil ich glaube, die Samurai an sich, sie haben ja damit nicht gekämpft, sondern denen ihre Vasallen sozusagen. Diese unteren Krieger. Und die Samurai an sich ja nicht. Das waren ja eigentlich so eine Art Ritter. Was, Spielebande, da gab es noch einen Krieg? Was für einen Krieg meinst du? Die eigentlich haben die Japaner die ganze Zeit gekämpft. Darum sind sie nie von ihrer kleinen Insel losgekommen. Oh, Marki. Verdammt und ich laufe schon wieder komplett in die falsche Richtung. Ich stehe hier in der Nähe von dem Dorf und jetzt zieht Nebel auf. Das heißt, ich bin so nah dran, dass mich jetzt schon dieser Dorfnebel erreicht. Hier wüffelt es auch ein bisschen. Ja, dann geh doch auf den Hügel daneben. Ja, Shinji, du hast recht. Also die wirklich krassen Feuerwaffen, beziehungsweise Kanonen, ja, obwohl Kanonen hatten die, glaube ich, auch schon, diese Steinschloss, ich glaube, die hatten Steinschlossgewehre, so weit ging es, glaube ich, bei den Japanern, aber dann hat die Technologie auch schon aufgehört. Was heißt aufgehört? Weiter sind sie mit der Technologie, glaube ich, nicht gekommen. Oh, Leo, werde ich morgen auch streamen? Ja, aber City Skylines. Wo wir gerade bei Geschichten sind, ich glaube, das haben wir dann, ähm, jetzt rede ich schon wieder von Geschichte, ich bin einfach Geschichten-Spezif, muss ich sagen. Fuck, 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 fuck! Da haben die kaiserlichen Truppen, glaube ich, im 19. Jahrhundert oder so, mit Hilfe der europäischen Feuerwaffen, die Tokugawa, das Tokugawa-Shuganat, Shuganat gestürzt. Ich greife gerade so einen Enderman an mit John. Verdammt, mich hat es erwischt, mich hat es erwischt. Ich muss hier kurz weg. Mal eine Banage anlegen. Das Auspronieren? Was? Nee, warte mal, ja, wie, was meinst du gerade? Auspronieren? Ausprobieren? Ja, die Japaner waren immer gegen China, also wenn sie mal gerade nicht untereinander den Bürgerkrieg geführt haben. Aber an sich konnten sie in China eigentlich nie groß was reißen, außer im Zweiten Weltkrieg. Aber da haben die, glaube ich, auch nur, da haben die, glaube ich, nur die Manchurei erobert. Was heißt nur? Eigentlich haben die doch Kernkina, also den größten, nein, nicht den größten Teil, aber den dicht besiedelsten Bereich haben die erobert. Aber der ganze, wer war das? Mao Zedong? Ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht. Der hat sich dann halt ins Inland zurückgezogen, ist später dann zurückgekehrt und hat die Japaner wieder vertrieben. Haha! Wir haben einen Enderman erwischt! Smile Style! Danke dir für deinen Follow, sehr nice! Hm, da wollte eh jeder Shobun werden. Ja, es gab eigentlich im Großen und Ganzen nur zwei Shobunate, aber die haben sich immer untereinander gestritten. Also, wer halt Shobun wird. Oh, die Musik ist wieder richtig geil. Und ich plappere schon die ganze Zeit neben der Spur. Zerk, wie geht's dir so? Ach, ich bin da hier gerade bei den Enderman und sammel Holz für uns. Und, Marki, hast du Stein? Ich füge hier 60 Stunden ein. Was? Hast du schon Stein? Ja, 923. Cobblestone? Nein. Achso. Ich bin ja gerade am Art der Welt, was? Vor dem Haus von Miki. Wer ist Miki? Weißt du Marki? Marki, glaube ich, heißt das. Oder haben wir Miki auf dem Server? Nein, ich glaube nicht. Ich wollte eigentlich nur Holz besorgen, um mir ein paar Treppen zu bauen. Dann mache ich so eine kleine Runde. und versuche gleichzeitig noch Stein zu finden. Müsste, glaube ich, da auch noch zu finden sein. So, ich gehe jetzt wieder zurück, weil ich muss jetzt arbeiten. Hilft nix. Ich muss unsere nächste Etage fertigstellen und dann noch die nächste draufsetzen mit Lüftungslöchern sozusagen. Da kommen nämlich so große Fenster noch mit rein. aus Stein. Ja, das ist cool. Also so, weißt du, so 3x3 Fenster bis an den Boden ran, damit man auch beispielsweise mit dem Bogen von oben runterschießen kann. So was habe ich mir überlegt. Oh, Marki, du kommst ja schon richtig weit mit deinen Cobblestone-Dingern. Ja klar, ich habe doch gesagt, ich bin schon relativ weit. Aber ich werde halt jetzt die Mauer vier, fünf Blöcke hochziehen und dann werde ich auch weitermachen mit Holz, beziehungsweise Holzrahmen erst mal. Es gibt kein Holz mehr. Ah, Anti-Helter hat für dich Holz, glaube ich. Äh, Spielebande, was für dich sind Japaner und Chinesen gleich? Ich finde genau da, da muss man wirklich unterscheiden, weil die Japaner sind ganz anders als die Chinesen. Allein schon von der Sprache her. Ich finde, die, bei den Chinesen hört sich das viel mehr nach Zischlauten an und bei den Japanern hört sich das irgendwie noch zusammenhängend an. Und ich finde, die Japaner schauen noch ein bisschen anders aus. Ihr dürft nicht vergessen, Maki ist Japaner-affin. Stimmt. Ja, ich bin, ja okay, ich sage mal, wenn man sich dafür interessiert ist, ist das ja... Japaner-affin. Ist das wieder das andere? Ja, ich schaue ja gerne auch Animes und sowas. Shinji übrigens auch, hat er mir zumindest mal gesagt. Finde ich klasse, ey. Obwohl ich in letzter Zeit gar nicht mehr so viel Animes schaue, weil ich halt aber auch nicht so viel Zeit habe. Da wird sich jetzt der eine oder andere denken, Hey, er zockt doch die ganze Zeit, was will er denn? Ja. Das ist immer die Krux an der Sache. Man muss Prioritäten setzen. Denkst du dir, was? Der zockt doch die ganze Zeit, ja. Er muss doch Zeit haben. Ganz im Gegenteil. Das ist ja oft nicht so spielen, weil du gerade Bock hast oder so. Du spielst ja eigentlich auch... Du hast ja da... Das ist halt einfach auch eine gewisse Art und Disziplin, die du reinbringst. Chinesen und Japaner gleichzusetzen, könnte einen Krieg auslösen. Oh ja, die streiten sich ja schon wegen so ein paar kleinen Inseln. Ich glaube, das war von einem halben Jahr oder von einem Jahr oder sowas, wo sich nicht einigen konnten, wem da im Pazifik die fast kleine Inseln gehören. Wobei, war das nicht das, wo dann extrem viel Gas oder Öl oder sowas unter der einen Insel war? Irgendwas wird da sein, weil ich meine, sonst haben die natürlich kein Interesse an sowas. Sehr klar. Was hat das Spiel? Was, dieses Lasso? Oh Gott, jetzt experimentieren sie wieder mit den Fangseilen. Oh nein, bitte nicht. Deutsch ist die schwerste Sprache. Hast du schon mal Französisch versucht zu lernen? Ja. Nee, aber Deutsch ist die erste Sprache. Das stimmt schon. Aber immer noch hochgefragt. Den Markilanden. Den Markilanden. Schriftsprache. Stimmt. Das finde ich krass, dass sich das so lange gehalten hat. Da habe ich erst vor kurzem ein Doku drüber gesehen. Oh, hier schießt wieder jemand. Äh, okay, warte. Mist, es ist dunkel. Das finde ich nicht cool. Oh no. Anti-Held. Du bist das. Oh Gott, ich komme schon mit meinem Bart hier an meinen Miko. Na, na, na. Wenn ihr euch jetzt fragt, ob der Marki wirklich einen Bart hat. Oh. Luca. Dann werdet ihr das nie erfahren, weil der Bart hinter meinem Pop-Schutz versteckt ist. Ja, außerdem ist er angeklebt. Ja, genau. Und darum rasiere ich mich auch immer. Ja. Was? Das macht nicht Sinn. At all. Viele wussten es gar nicht, aber in Wirklichkeit ist dieser Bart angeklebt. Der Marki veräppelt euch in Wirklichkeit eigentlich nur. Ich verbanane euch. Verbananen. Ja, Shinji, ich würde sogar sagen, Japanisch ist einfacher als Chinesisch. Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass, wenn du dir 5000 verschiedene Animes angeschaut hast, dir das ein bisschen anders vorkommt. Ich finde aber sowieso, Japanisch hört sich ganz anders an als Chinesisch. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Die Japaner wollten immer eine der größten Nationen sein, schreibt Spielebande. Ja, vielleicht ist es einfach, vielleicht wollen kleine Inseln immer große Nationen werden. Ist ja bei den Briten nicht anders gewesen. Die haben aber wirklich ihr Weltrecht dann errichtet. Ja, die Frage ist halt wie, ne? Ja, es ist halt immer so eine Sache. Genauso wie bei den Römern oder Osmanen. So, wir haben jetzt unsere Zielhöhe erreicht, Marki. Ey, was? Wir haben unsere Zielhöhe jetzt erreicht. Nice. Äh, in welcher Hinsicht? Ach so. Okay, gut. Und ich bin hier so im Nirgendwo. Und ich baue jetzt hier oben, kommt jetzt noch unser Dach drauf. Und dann kommt da noch mal ein Geschoss drauf. Und ganz oben drauf kommt quasi die Fackel, das, das, ähm, die Zwergenfackel. Okay, was heißt Milieu? Was? Warte mal, Meilleur. Ach so, ich bin der, warte mal. Ja, äh, Spielebande hat gerade französisch reingeschrieben. Marki ist der, warte mal, Bürgermeister? Ist Meilleur Bürgermeister? Hört sich, hört sich so an. Ja. Ich habe das letzte Mal französisch vor fünf Jahren gesprochen oder so. Ich hatte vier Jahre französisch in, äh, in der Schule. Und wenn du das nicht sprichst oder übst, dann kriegst du alles. Ja, keine Chance. Hast du ja echt verloren. Das geht auch einfach verloren. Das ist wie Englisch. Wenn du es nie benutzt, äh, bringt es dir auch nichts. Das klingt zwar alles immer ganz toll, wenn du das in der Schule lernst, aber wenn du es nie benutzt, ist die ganze, ist diese ganze Lernerei für die, voll für die Katz. Du kommst zwar dann irgendwann wieder leichter rein, aber, äh, wenn du es nicht brauchst, also gar nicht brauchst, dann, ähm, ist es verschwendetes Wissen. Ja, beziehungsweise verschwendete Zeit einfach. Ja. Das ist halt schade drum, dann. Es muss wirklich von selbst gehen. Also das müssen die Leute dann selber lernen wollen. Warte mal. Ja, deswegen finde ich, ich tue mich bei Sprachen auch einfacher. Ja, hier ist... Hm? Was? Hallöchen! Wo willst du zu uns in der Gilde? Oder in die Gilde? Was? Äh, in die Zwergmarkis. Was? Ich sage aber noch was? Was, bitte? Oh, der König! Der König! Sei gegrüßt! Wo ist der König? Okay, äh, wie heißt ihr? Okay, wollt ihr ein Bündnis mit uns schließen? Äh, genau, wir... Warte mal. Wir sind die Zwergmarki-Army. Natürlich! Äh, Moment. Natürlich! Hier, bitteschön! Moment, die müsste hier irgendwo liegen. Jetzt sehe ich es gerade selber nicht mehr. Jetzt habe ich die beide gegeben. Aber ich glaube, ich finde den Weg auch so zurück. Ah, sehr gut. Also, ihr könnt natürlich alle, wenn ihr bei uns auf den Server kommt und bei uns in die Gilde rein wollt, könnt ihr natürlich alle eure Betten irgendwo im, äh, Gildenhaus aufschlagen. Das Gildenhaus ist gedacht als Safe Zone. Also, ihr könnt hier quasi... Äh, ich wollte eigentlich gerade noch auf die Suche nach Steinen gehen. Also, ihr könnt quasi im Gildenhaus, könnt ihr eure, eure Sachen unterlegen, wenn ihr noch nicht selber gebaut habt, damit ihr erstmal so einen Startpunkt habt, von dem aus ihr losstarten könnt mit eurem eigenen Haus. Damit ihr nicht nachts draußen pennen müsst oder sowas. Also, das ist einfach wirklich nur zum Sichern gedacht. Wir bauen natürlich da kontinuierlich dran weiter. So ist der Plan. Kann ich ein Instrument spielen, Höchsten? Nein. Nein. Ich... Leider... Leider bin ich in der Hinsicht völlig unmusikalisch. Das Volk dankt. Sehr schön. Dankeschön. Vielen Dank. Was? Schleimst du dich gerade beim König ein? Da mag ich wieder. Das Volk dankt. Alter Roleplay, Maki. Dann werde ich sie... Werde ich... Werden sie mir folgen, hoffe ich. Einen Moment. Bringst du den König hier an? Haki. Kannst du nicht einen König anschleppen? Warte, ich fühle gerade unseren König zu unserer Stadt. Echt? Ich werde ein Bündnis organisieren. Der spioniert uns aus und macht uns nachts kaputt. Ne, macht einen ganz netten Eindruck. Ach so. Der König ist ja ganz nett, Mensch. Von hier müsste man schon die Fackeln sehen. Beziehungsweise die Feuer. Ja. Der König hat seine geschenkt. Oh. Den König... Den König unterstützt sich. Bitte? Äh, was ist gerade gesagt? Meinst du mich? Oder ihn? Maki, deine Kommunikation ist herrlich. Oh, du hast telepathische Wägigkeiten. Das ist die Entschuldung. Bist du mit dem König schon da? Ein zaubernder König. Bist du schon da, Maki? Oh mein Gott, sie fiel zu Boden. Was ist da passiert? Was? Aber ich denke, wir werden den Weg auch so finden. Folgt mir einfach, mein König. Ich finde das super. Maki macht Roleplay. Ich finde das klasse. Mir gefällt sowas. Euch hoffe ich auch. Oh. Welch schröckliches Wetter. Schröcklich? Folgen wir uns noch eine Erkältung ein. Ja, und hier wären wir auch schon. Oh nein, Maki, du hörst... Ach, nicht schlecht. Darf ich eintreten? Hier geht es hinein. Ja, ich denke gar nicht. Hier geht es hinein. Die Tür steht sogar offen. Heil dem König! Gut da, gut da, Hallo! Ich muss vor allem den Stream bemodulieren. Er richtet eine Waffe auf mich? Ja, er war sich seiner nicht sicher. Ich bin ganz freundlich. Keine Ahnung, also keine Sorge, ähm, mir ist nur kalt und ich bin durchnest. Tretet ein, Maki, mein König, tretet ein. Vielen Dank, vielen Dank. Wie kann ich niemand muten, Maki? Weißt du das? Stellt euch unter und, oh, wer liegt denn da? Ey, ich weiß nicht, wie du dich nicht mehr bekannst. Oh, und hier irgendwie ist es hier etwas dunkel. Ein Richtung lässt etwas zu wünschen, aber wir sind dran. Okay, ich mach jetzt mal den Ingame-Ton komplett aus, Maki, also wenn der mich anspricht, ich sag einfach, ich bin taub. Ich hoffe, unsere Gilden werden auch weiterhin befreundet bleiben, in der Hinsicht. Oh, was für ein Sauwetter. Ja, wir sind schon etwas größer. Also, ähm, wenn ihr mich entschuldigt, mein König, ich werde jetzt etwas weiter bauen. Willst du nicht nach oben führen, Maki? Ja, ihnen auch. Und, äh, schauen sie doch gerne mal wieder vorbei in den nächsten paar Tagen. Und vor allem, wenn vielleicht mal schöneres Wetter ist. Aber momentan hört ja der Regen sowieso auf. Maki, willst du nicht mal nach oben führen? Sag mal, das ist ja voll der Schrumpfgemane. Ja, bis dann. Wiedersehen, mein König. Oh Gott. Warte mal. Cooler Typ. Ähm. Jetzt war echt etwas winzig geraten, aber netter. Haha, ein kleiner König. Gefällt mir, gefällt mir. Kleiner König Kalewitsch. Aber jetzt kann ich wieder den Ton hochdrehen. Entschuldigung, dass ich dir gerade die ganze Zeit nicht geantwortet habe. Aber ich musste mich echt konzentrieren, dass ich verstehe, was der halt sagt. Also, er hat ja eigentlich die ganze Zeit was geredet. Und hab halt dich nebenbei so halber gehört und hab mir gedacht, wem antworte ich denn jetzt? Kein Problem. Es war gerade etwas verplant. Was? Tears of the Gods? Es gibt auch Diamanten. Warte mal, ich muss gerade mal meinen Chat wieder lesen. Dafür muss ich aber kurz mal wieder auf den Desktop. Genau, ähm. Nochmal Spielebande zu dem Meilleur. Stimmt. Das ist mir gerade vorher wieder eingefallen. Beziehungsweise, jetzt wo du es sagst. Okay, es klingt jetzt irgendwie nach einer Ausrede. Aber Meilleur ist ja die... Moment. Von was ist das die Steigerung? Sag mir, von was das die Steigerung ist. Also, Beste. Was das... Gut und Inga. Gut, besser, Beste. Warte mal, was ist das gut? Bon. 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 Bon, Marquis. Was ist die Steigerung? Hier liegt einer. Ja. Äh. Und da muss ich mal weiterlesen. Schleimspieler töte ihn. Dreh ihn um. Lock ihn rein. Töte ihn. Mann, Spielebande. Du bist so gemein. Er war doch nett. Ich werde doch nicht meinen eigenen König töten. Hey, aber der Zwerg. Nice. Du hast das oberen Geschoss, meinst du? Das ist echt nice. Gefällt mir. Ja, und da musst du dir jetzt vorstellen, da kommen jetzt überall in jedes Fenster kommen noch Iron Bars rein. Boah, ich habe so viele Steine. Das ist echt cool. Und dann geht es noch in das letzte. Also quasi, es kommt noch ein ganzes Stockwerk obendrauf. Das wird aber nur ganz, äh, sehr, äh, also es wird ganz offen sein und oben kommen lauter Feuer rein, damit wir dann auf dem Dach sozusagen wie so eine Art Leuchtturm haben. Das ist dann so der, der Turm der Siedlung mehr oder weniger. Hey, wer ist denn hier gestorben? Hier liegt ein Sack rum. Komisch. Hey, weil hier hat sich ja echt einiges getan. Also von unserer, von unserer Burg aus kannst du richtig schön weit gucken. Das ist, gefällt mir richtig. Ah, was? I am James Bong. Grüße dich. Und ja, du kannst gerne mitspielen. Such einfach ingame nach Zwerg Marki. Und Zwerg Marki, der Server hat 20 Plätze. Da kannst du da schauen. Ich hoffe, es ist noch ein Platz frei. Und dann kannst du gerne mitspielen. Äh, irgendwie geht es mit den Lists, in der Lists gerade gar nicht mehr. Es sind zu viele drin. Ich glaube, das muss ich noch einstellen. Wart, My Help List vielleicht? Ach so, oh, du bist gerade gestorben. Das ist natürlich nicht so cool. Wow. Matze, hey. Oh, verdammt, ich will meine Steine, nein, bitte nicht nehmen. Okay, gut. Dankeschön. La 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 la. Ist mir jetzt so weiter gebaut. Hä? Irgendwer hat da draußen unser Bett hingeschmissen. Ja gut, tschüss, tschüss. Ja gut, hab ich gesagt, dass ich schlafen will. Ähm, Marki, ich baue uns dann noch einen ähm, einen ganz einfachen Wall später um unsere Siedlung. Da baue ich Sticks dann dafür. Aus Holz, oder? Ach so. Ne, ich baue diese ganz einfachen, diese Sticks. Eine Palisade. Ja genau, so eine richtige Palisade, so eine ganz einfache mit Blätter und so weiter. Ähm, mehr als Sichtschutz als als Wald. Damit wir halt schon mal wissen, wo die Grenzen sind. Hm? Damit wir halt wissen, wo wir ungefähr unseren Wald später hinsetzen wollen. Ja genau. Das können wir ja dann nach und nach austauschen, aber damit wir halt auch erstmal als Gehbegrenzung was haben. Warte, ich hab mich verbaut. Oh, Marki, mir fällt gerade auf. Ähm, wir wollten eigentlich ja um dreiviertel ne Pause machen für's ganz. Oh. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt einfach ne Pause, oder? Ja, sofort. Ich schmeiß mir kurz noch die letzten zwei Steine. Oh. Ja, ich muss ja auch erst noch zurückkommen. Ich bin ja gerade unterwegs und sammle. Ähm, Nitz geworden. Sammle Holz. Oh, da sind drei Endermen. Die Endermen greifen. Ne. Das ist irgendein Spieler. Der wird von Endermen angegriffen. Aber er schafft's. Er kommt weg. Okay, sehr schön. Dann verschanze ich mich mal hier in der Bude. Alter, wir haben schon voll die Siedlung da. Das ist voll geil. Also, ich finde es ja total grandios, dass wir ne Siedlung bauen. Ja? Dass wir wirklich nicht nur ein Haus haben, wo alle drin sind, was ich auch cool fand. Sondern, dass hier wirklich jeder seine eigene Bude baut und dadurch unser Gildenterritorium erweitert wird. Von Haus aus gleich. Äh, Apropos, Marki. Du könntest den Crest eigentlich in den höchsten Stock, den wir haben, jetzt hochbringen. Das könnt ihr gleich machen. Ja, das mach ich jetzt gleich. Achso, oh. Spieleband, ich hab gedacht, bon, wär das Ding, aber die Steigerung, beziehungsweise die Deklination. Ich hab's jetzt gerade genommen. Ich hau jetzt die Crest ganz oben rein. Ja. Le oder, warte mal, ist jetzt Meilleur männlich oder weiblich? Ich weiß grad gar nicht. Aber du hast, warte mal, du hast La oder? Du hast einmal Le und La geschrieben. Ich brauch noch ein paar... Hast du noch ein bisschen Holz? Ja. Wo bist du? Obwohl kannst du oben seine Säule aufbauen, wie ganz unten. Äh, warte mal kurz, ich check. Müsste klappen, aber ich baue unten gerade noch die... Wobei du kannst die unten einfach abbauen. Äh, nee, kann ich nicht... Oder warte mal. Ich kann's grad nicht mehr abbauen. Warte. Kann ich das irgendwie... Ja, weil die Crest weg ist, Marki. Uns gehört das Gebiet nicht mehr. Das ist natürlich ungünstig. Aber warte, vielleicht, wenn der... Ne, 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 das hat damit aber nichts zu tun. Doch, doch. Ey, weil wir... Ich mein, vor der Crest haben wir ja da aufgebaut. Ist nicht mehr im, äh, Gildengebiet. Sobald die Crest wieder steht, geht's. Wir haben doch davor auch schon da gebaut. Ja, aber abgebaut, ähm... Ich weiß nicht, ich glaub das liegt an der Crest. Ja, okay, dann schmeiß mal oben... Mach mal oben in der Mitte einfach so drei, so... Drei Blöcke hoch. Ja, ja, ich brauch noch sieben Sekunden, weil ich grade grade eine ab. Oh, man. Dir, Atis, grüße dich. Auch erstmal danke für deinen Follow. Dann an IamJamesBong auch dir. Dankeschön, vielen, vielen Dank für eure ganzen Follows. Supergeil. Ey, aber wenn wir da die Crest hingehauen haben, genau hingehauen haben, dann ist das echt nice. Dann ist das Gebiet echt riesig. Oder wir bauen natürlich gleich die Eisen Crest. Warte, Marki, komm hoch. Ja, können wir die Eisen Crest überhaupt bauen? Das schau ich jetzt grade. Äh, hau doch oben schon mal die Säule hin. Ja, mach ich gern. Ah, so maximal... Ah, Shinji hat, äh, mein 10 Max... Maximal 10 Meter überm Boden. Sind wir 10 Meter überm Boden? Minderstens. Warte mal, wir bauen... Oh, 60 Iron, Mist. Ich weiß nicht, ob wir so hoch bauen können. Musst's mal probieren. Ja, hier unten kann ich sie hinklatschen, aber da oben in den zweiten Stock kann ich's nicht mehr hinbauen. Ja, macht ja nix. Dann baue sie unten hin. Probier's einfach mal und wenn's nicht geht, dann... Ja, dann... Warte mal, kannst du dann da unten auch noch mal seine Säule bauen? Ja, dann baue ich die ab. Bin auf dem Weg. Jo, keine Hektik. Keine Hektik. So, dann baue ich sie ein wenig weiter nach vorne. Hey, wie schaut's eigentlich grade? Warte mal, jetzt guck ich mal grad ganz kurz runter zum Smelter. Äh, Marki, häng's doch bitte erst hin. Ja. Bevor du dann zum Smelter guckst. Das wär extrem nett, weil ich hab da immer so ein bisschen Panik. Ja, okay, auf die paar Sekunden sollte es jetzt nicht ankommen, aber man weiß irgendwie. Ja, genau. Also, setzt. Ja, okay, wir sind wieder geclaimed, das ist in Ordnung. Gut, dann würde ich sagen, machen wir doch jetzt mal ne Pause, oder? Ja, so ein kleines Päuschen. Ich würd' sagen, wir sehen uns einfach so um, ähm, 20 nach, sehen wir uns wieder. Und dann geht's ganz, ganz, ganz vernünftig weiter. Jo, genau. Bis dahin. Bis gleich. Ciao, ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020